Ja Hallihallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Info-Vlog-Video, eigentlich ist es so mein erstes Info-Vlog-Video, was könnte man sagen, also mein richtiges Vlog-Video mal, ein Vlog und zwar betrifft es die im Moment ferne Zukunft, aber wenn ihr dieses Video seht, ist es aktuell. Wir müssen zwar heute der achte, erste Grad, aber ja, es betrifft im Prinzip meinen Kanal und von dem her habe ich mir gedacht, nimmst du es einfach jetzt schon mal auf, dann hast du es auf alle Fälle sicher. Und zwar bin ich vom 5. März 2012, also da ist noch Ewigkeiten hin, aber vom 5. März bis zum 23. März bin ich nicht da, also da habe ich überbetriebliche Ausbildung und kann somit keine Videos hochladen, vielleicht am Wochenende mal ein oder zwei Folgen, je nachdem, wie ich es da irgendwie hinbekomme, vielleicht kann ich da irgendwie so schauen, aber unter der Woche bin ich halt komplett nicht da und von dem her geht es halt vom 5. März bis 23. März, ist halt alles auf Eis gelegt leider. Ist schade, aber naja, das wird jetzt diese drei Jahre Ausbildung, jedes Jahr einmal glaube ich, soweit ich weiß, muss ich da hin und ja, das kann man schon hin, denke ich. Da habe ich davor oder danach für euch noch ein schönes Let's Show raus und dann haut das schon hin, denke ich. Über diese Zeit, wo ich jetzt eben nicht da bin, werdet ihr eben dieses Video dann auf der Startseite sehen. Ist jetzt zwar nichts Besonderes hier, ich labere einfach nur, habe hier YouTube am Dingens. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich euch dazu so sagen wollte. Ich hoffe, ihr deabonniert nicht gleich, ich komme ja wieder, ist ja nicht so. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem weiterhin treu. Und dann denke ich, dürfte eigentlich nichts im Wege stehen, dass wir uns, ja, dann nach dem 23. Also ich werde dann vielleicht nicht gleich am 23. oder nicht gleich am 24. nachs Hochladen können, weil entweder bin ich nach Stock besoffen oder, ja, ihr wisst ja selber, wie das so ist mit Berufsschulen. Und ja, also dann sehen wir uns vielleicht am 24. oder 25. melde ich mich dann wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass, ja, ich habe ja genug Videos hochgeladen, also ihr werdet schon was finden. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin. Euer Hodenkrebscreme. Tschau.